Hi Jonny. Hi. Wer nennt dich Jonathan? Meine Oma. Hast du auch einen zweiten Namen? Ja. Wie lautet der? Michael. Jonny Michael, hast du schon mal was geklaut? Pff, nicht deine Schwester. Wann hast du zuletzt ein Bier getrunken? Boah, ähm, ein ganzes Bier noch nie. Hast du Geschwister? Ja, eine kleine Schwester. Was kann deine kleine Schwester besser als du? Basketball spielen. Bist du schon mal so richtig ausgeflippt? Ja sicher, aber wann, weiß ich jetzt nicht. Was hast du noch mal gesagt beim Pfosten-Kopfball gegen Frankfurt? Ähm, möchte ich hier nicht wiederholen. Bist du eher der Typ beleidigt, zickig oder aggro? Im Mittelweg. Wo ziehst du alle ab? Ach, schwer. Im Ball hochhalten. Was ist dein Ritual vor einem Spiel? Da hab ich nichts Festes. Lieber Schlager oder Deutschrap im Bus? Beides nicht. Sondern? Ja, eher Hip-Hop. Was isst du am liebsten, bevor du auf den Platz gehst? Am liebsten, ähm, ein Kaugummi vor dem Spiel. Und allgemein Gummibärchen oder Vollkornbrötchen? Ähm, Dinkelbrötchen. Welche Schlagzeile möchtest du nie über dich lesen? Oh man, das ist schwer. Das möchte ich nie über mich lesen. Fällt mir jetzt nicht ein. In welchem Kinderfilm wärst du gerne in die Hauptrolle? Im Kinderfilm? In, was hab ich früher so geschaut? Vicky. Wieso bist du eigentlich nicht bei uns dann? Das ist eine längere Erklärung. Da hab ich nicht so Bock drauf. Dein Tor gegen Neuer war? Schön. Zweikampf gegen Boateng vor deinem Tor. Foul oder nicht? Kein Foul, definitiv. Wie schaust du, wenn wir am 34. Spieltag die Klasse halten? Jaaa! So. Ja, kommt noch mehr. Ah, jetzt verstehe ich, glaube ich, worauf ich hinaus soll. Habe ich auch schon mal gesehen auf Snapchat, wie lange Stille am Ende. Macht's gut. Danke, Jonny. Gerne. Vielen Dank. Danke, denen wir alle wiedersehen. Danke, denen wir alle wiedersehen. Vielen Dank.